So, zuerst rechte lang. Oben dicht. Die muss kaputt gegangen sein. Sonst war da keine Kiste mehr, oder? Ich denke nicht. So. Hier vielleicht alle kaputt machen sollen, weil ich ja nochmal zurück muss. Da kann nichts mehr gewesen sein. Oh mein Gott. Das war nicht gut von mir. Ja, ja, guck mal. Geh, zieh Leine hier. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Uiuiui. Okay, ich hoffe mal, das war die fehlende Kiste. Jetzt von gerade. So, dass wir jetzt souverän, wie wir immer sind. Ähm. Auch beenden können. Okay, nur noch 60 Kisten. Uuuu. Jo. Zack. Baaaaa. Pfff. Ach cool, wenn man ein Level wiederholt, kann man sich nochmal die Leben holen. Ups. Ups. Zack. 14 Kisten mehr, das heißt keine 60 mehr, nur nur 6 und 40. Ja, ja, ja. Hallo. Durch den Ventilator. Sauber, 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 sauber. So. Es war die hier. Pfff. Und die euch auch noch. Ich gucke auch gerade mal irgendwie nach oben oder so, aber es sind nirgends von mir Kisten, soweit ich das beurteilen kann. Deswegen denke ich einfach mal, dass es die eine war. Und wenn die es nicht war, dann spiele ich das Level auch nicht nochmal ein drittes Mal. Oh mein Gott. So, weg, weg, weg. Lasst mich in Ruhe. Uiuiuiuiui. Damm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Hey. Hier ist auch keine Kiste mehr? Ich gucke ganz schön blöd. Okay. Moment. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. 78 hat er gesagt, ne? Okay. Ich habe gerade eben die 74 im Kopf gehabt, deswegen habe ich auch gerade ein bisschen... Ne? Schade, dass ich da jetzt keine Kiste mehr sehe und es scheint es wirklich gewesen zu... Was soll das denn? Wo fehlt denn mir noch eine Kiste? Ich checke das nicht. Ich bin irgendwo, weiß ich nicht, unter der Decke geklemmt oder so ein Scheiß. Mann. Oh. Hä? So viel gab es da doch definitiv nicht, oder? Wo hatte ich gerade 78? Das gibt 79. Ja gut. Ich lasse mich überraschen. Oh, da ist er ja. Klingt ja relativ fix. Hey. So, jetzt haben wir die Kacke auch erledigt. Tschüss, Level. Was ich nicht mag. The Eel Deal. Der Aal. Oh, das Aal-Geschäft. Auf Deutsch reibt sich das natürlich nicht so toll. So, und jetzt ab zum zweiten End gehe ich nach. Ich weiß gar nicht, welcher das ist. Ach, die, äh... Wie hießen die nochmal? Komodo-Brüder oder sowas. Ich kann mich an die jetzt gerade leider überhaupt gar nicht mehr erinnern. Äh, äh, ich lade mich dort. Okay. Äh, äh. Achso. Äh. Okay, ich hab verstanden. Äh, ja. Ich würde auch gern so schön mit, äh, den Schwertern werfen können. Ich meine, der fängt doch irgendwann nochmal auf... Ah, ja, ja, ich darf mich zu nahe kommen. Alles klar. Äh, so, t t t t t, Scheiße, scheiße, scheiße. Ich. So. Gut, wir fängt doch irgendwann an zu werfen, wenn ich irgendwie so da so stehe. Das Geräusch ist teuber, werfen. Um das aufkommen. Ach, ja, guck. Ist gut, ist gut. Jo, es fängt an zu werfen. Ah, oh mein Gott. Jawohl, was? Wieso hab ich denn jetzt die Möchke verloren? Ich hab irgendwie so gern verhalten. Bababab, bababab, babababab. Der freut sich immer so schön. Und auf in den dritten Wababum. Mit Wasser. Nachricht. Späßenleistung Crash. Die Kimodor-Brüder konnten dir offenbar nicht das Wasser reichen. Da freu dich nicht zu früh. Es gibt immer noch viele Kristalle zu holen. Vergiss nicht, nur du kannst die Welt retten. Okay. Ja, erstmal der erste Level direkt in Angriff. Mit zwei grauen Nadelsteinsen, so wie ich das beurteilen konnte. Und einem Kristall. Oh, ich hör die Musik und die Musik sagt mir Wasser. Hier fängt jedes Wasser alleine gleich an. Ah, das ist wieder eins mit Zeit. Denk ich mal. Einfach. Überhaupt, ich jetzt einfach mal kacken, dreist wie ich bin. Oh mein Gott, war das knapp. Huf, hufte. Küfte. Jo, alles klar. Ich versuch's einfach mal direkt auf Zeit. Wicht, 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 wicht. Noch hab ich die Maske. Und ich brauch's dem Neu-Exter auch noch. Und zack. Und wäsch. Und wäsch. Oh mein Gott, nein. Ist nicht schlimm. Ist alles halb so wild. Ja, nur ne Maske, Checkpoint, so. Wenn ich das jetzt nicht auf Zeit schaffe, dann, äh, muss ich das nochmal neu anfangen. Also muss ich nicht, aber... Es lohnt sich sonst. Na, oh mein Gott, war das knapp. Nicht, weil ich dann weder Kisten noch Zeit hab. Das hab ich keinen von den zwei Edelsteinen. Das ist dann ja auch nicht schön. Oh nein! Verpiesel dich, euch alle, ihr euch, bitte. Bis dahin, so. Schnell mitgeleecht. Was zum... Was erwartet der hier von mir? Fick dich, Alter! Leck mich am Arsch! Wobu. Oh, ey, schon 10 von 42 Edelsteinen. Wow. Ja, 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 komm. Stell dich nicht so an, Crash. Menu, Menu, Menu. Okay, nächster Versuch. Okay. Jetzt, äh, war ich einfach mal selbst schuld. Okay, wie viel Leben hab ich angefangen? Über 30, heute? Boah, jetzt hab ich noch... Wenig. Auf jeden Fall. Bedeutend weniger. Öö. Öö. Oh mein Gott. Hallo, Nilpferd. Tschüss. Ihr beiden. Ja. Aber das ist voll nervig, die Pflanzen hier auf dem Boots... Streifen. Nein! 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 Okay, dann mach ich erstmal Kisten. Ihr habt gewonnen, ich mach erstmal Kisten. Sagt, ich hab jetzt nochmal die Chancenzeits zu. Nein, hab ich nicht. Okay. Ja, damit wär ich noch ne Menge Spaß. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, 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 mein Gott, war das knapp. Ich weiß, dass ich gerade angehört, als hätte ich mich erbrochen, aber das war nicht so. Oh, 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 oh. Ih, ich hab dich employer. Okay. Ha, ha, ha. Okay. Okay. Ach, leck mich doch, ey, du Dreckspansen, ey. Mann. So, Sprung Sprung nach links Sprung nach oben Und TNT Und zack Und zack Und Bonuslevel Ein bisschen Entspannung Mit der TNT-Kiste Zack Zack Gib mir das Leben Uff da So Ey Da bist du Platz So Das Tolle ist Wir haben schon 2 von 5 farbigen Edelstein Sollte Toos Das Gejubel darstellen So Ui Der Stuhl ist nicht kräftig Aufsieger als unser Hoover Board Ey, leck mich doch Boah, das kotzt mich vielleicht an Diese Kackpflanzen hier Auf dem Seeweg Hab ich das eigentlich schon mal erwähnt Sicherlich So, okay und Sprung Macht nix Okay, tue ich vielleicht mit dem Boot Okay